Im vergangenen Tutorial haben wir euch den Übersteiger gezeigt. Jetzt geht es mit einer weiteren wichtigen Grundlage weiter. Der Ballrolle. Die Ballrolle ist perfekt, wenn ihr euch Platz in FIFA 18 verschaffen wollt. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist den rechten Stick entsprechend eurer Laufrichtung nach links oder rechts zu ziehen. Und dann zu halten. Erfolgreich ausgeführt, habt ihr nun genug Platz für eure nächste Aktion. Ob ein Pass zum nächsten Mitspieler oder mit dem Übersteiger direkt zur nächsten Torchance. Das bleibt euch überlassen. Viel Erfolg! Wie schön, dass ihr noch zuschaut. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr uns auch gerne liken oder unseren Kanal abonnieren. Dann bekommt ihr alle unsere Videos direkt in eurer Abo-Box. Und das, sobald sie rauskommt. Mich würde es freuen und euch bestimmt auch. Bis zum nächsten Mal.